Das ist ein Superheld. Das ist eine Klimaheldin. Wolltest du schon immer ein Held sein und die Welt retten? Dann bist du bei Bosch Home Comfort genau richtig. Ob im kaufmännischen Bereich, im technischen Bereich oder in der IT. Bei uns kannst du über eine Ausbildung, ein Studium oder als Trainee einsteigen. Dabei kannst du nicht nur selbstständig an spannenden Projekten arbeiten, sondern auch hier, hier, hier und hier nicht. Werde auch du Klimaheld an einem unserer vielen Standorte. Was wir machen? Wir haben Spaß. Wir regeln alles. Wir sind modern und innovativ. Wir arbeiten digital und vernetzt. Wir packen an. Bei uns steht TeamWorker an erster Stelle. Und wir schaffen nachhaltige Lösungen für Heizung, Kühlung und Wohlbefinden mit unseren Marken und unserem Produktportfolio. Aber für was sind wir eigentlich da? Klimaschutz, Reduzierung der CO2-Emissionen, Eine klimatisierte Wohnung und warmes Wasser oder um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Genau. Dafür entwickeln wir zum Beispiel eine Wärmepumpe, die mit regenerativer Energie das Haus wärmt. Ein Energiemanager, der Strom dorthin verteilt, wo er gerade gebraucht wird. Oder eine Klimaanlage, die komplett mit grüner Energie läuft. Außerdem das, Das und das nicht. Wir forschen in Gegenwart und Zukunft. Früher traditionell und heute topmodern. Aber unsere Werte bleiben dabei konstant. Immer ganz nach dem Motto Make Home Comfort Green. Ausbildung und Studium bedeutet für uns Verantwortung übernehmen, Vielfalt, Abwechslung, Spannende Herausforderungen werden, Neue Freunde und ein großes Netzwerk. Wir sind die Klimahelsen von morgen. Sei auch du ein echter Held. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020